Es geht um Geld, das ich versteckt habe. Wie viel? Vier Millionen. Bo? Bo! Bo! Im Theater! Wir suchen ein Paket, das im Keller versteckt war. So groß ist es! So groß! Nein! Wer hat es? Wer verdammt nochmal hat dieses scheiß Paket? Ich bin nicht in Sicherheit. Nein! Das stimmt nicht in Erfolg. Dafür garantiere ich. Ich habe das Möglichkeit. Das stimmt nicht in Menschen! Die Sache! Das stimmt nicht in Sicherheit. Das stimmt nicht in Sicherheit! Das stimmt nicht in Sicherheit! Untertitelung des ZDF, 2020